Übrigens, vorne von dem Gebäude haben wir diese splittende Nichts am Boden gesenke. Das ist übrigens die andere Hausseite. Da sieht man wieder das hier. Ja, seht ihr das gut? Ja, seht ihr das gut? Was ich da jetzt mit dem Finger mache, seht ihr das? Seht ihr das, was das ist? Ja? Seht ihr das? Ja? Ja, ordentlich angucken. Gesundheitsminister. Ja? Lieber Herr, schaut es dir das an. Sieht ihr, was das ist? Ja? Darunter sieht man, der Blatt wäre feucht. Aber drauf setzt sich dieser erstickende Staub. Ja? Zum Nachdenken, Herr Gesundheitsminister.